Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt und zwar ein SMB-Hack, wer hätt's gedacht, Panic in the Mushroom Kingdom heißt der von Ghetto Youth, keine Ahnung. Ja, hab ich vorgeschlagen bekommen vom lieben Pashibs, soll ein recht guter sein, deswegen spielen wir ihn auch einfach mal. Und irgendwie ist der Sound laut. Moment. Oh, danke Luigi, Bowser hat deinen Bruder bekommen, bitte hilfreich. Blablabla, ja, pff, es ist blind, es ist langweilig, ich hab überhaupt ne Scheißlaune. Und ja, ich hab gemerkt, man kann 15 Minuten lang aufnehmen, doch ich nehm auch, wie sonst auch, nur noch 10 auf. Also, hallo, ich bin nicht zu Hause, ich suche ein wenig Ganja. Ja, ein gutes Ganja. Also, das ist Mariana eigentlich. Oder ne, aber, ich weiß nicht, irgendwas davon. Okay, wir fangen mit dem ersten Level an. Jungle Island 1. Oh, toll, guck mal was. Der Hack basiert wahrscheinlich auf Super Mario Bros. 3, so sieht's hier auf jeden Fall aus. Passt ja irgendwie dann. Aber man kann einen Spinjam machen, okay. Ja, Pashibs hat gemeint, ja, spiel doch einfach mal, äh, Panning in the Mushroom Kingdom 1 und 2. Äh, soll ein recht guter Hack sein. Soll Spaß machen und, ja. Ähm, was werde ich anders machen als sonst in meinen Desplays? Äh, ich werde, so wie wir schon bei dem SMW hier von Zoll gemerkt haben, was zur Hölle. Äh, ja, das wollte ich eigentlich vermeiden. Weniger Safe-Sites benutzen. Also, nicht jetzt bei jedem Schritt, äh, so machen oder so oder so, ne. Und nicht bei jedem kleinen Fail gleich den Safe-Site neu laden. Ne, ne. Heute mal nicht. Lol. Heute bin ich etwas Professor-Sionella. Wenn man das nennen darf. Oh, ne Feuerbüge. Wer hätt's gedacht? Ich auf jeden Fall nicht. Denn, zack, zack, zack. Wow. Ja, also. Ah, schade. Verschiebs meinte. Jo. Spiel mal. Hat schöne Grafiken und bla und blub. Und ich so, okay. Natürlich werde ich auch den zweiten Teil von, äh, Panic in the Mushroom Kingdom spielen. Aber erst, nachdem ich den ersten durchhabe und nachdem ich Super Metroid durchgespielt habe. Dann, irgendwie muss ich das ja auch noch rumkriegen. Ups, das war ein kleiner Fail. Und da war ein Pilz drin. Oh. Gibt mir den Pilz. Okay, dann halt nicht. Ist ja nicht so schlimm. So, machen wir hier Vorsitzender mal einen. Und ich werde in Skype angerufen. Ihr hört es. Ihr hört, dass ich in Skype angerufen werde gerade. Egal. Mich stört's nicht. Wenn's euch stört, dann... ...bedankt euch bei Paschips und Famefrio. Ne? Nicht bei mir. So. 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 So ein Pro. Warte mal, kann man da rein? Da kann man bestimmt rein, oder? Nein. Gut, gut, gut. Könnt ihr mal aufhören, mich jetzt anzurufen? Ähm, sehr freundlich. Wirklich. Das wäre sehr freundlich, wenn ihr jetzt anzurufen wird. Danke. Nun ja. Das kommt davon, wenn man die neue Sky-Bersen hat und auch beschäftigt, gescheitert ist und... Es zackt. Level 2. Ja, Oberwald schön gestaltet. Jungle Island 2. Oder wie Mario Fan, 888, sagen, oder? Dschungel. Island. Island. Äh, äh. Ja, willkommen zu meinem neuen Let's Play. Es ist ein Super Mario World Hack. Und das werde ich Let's Playen. Ja, das werde ich. Ja, so zu reden in Let's Play. Wie eine Schlaftablette, das ist ja mal das... ...dümmste, was man überhaupt machen kann. Ja, es mir egal, ob ich jetzt über den... ...umherziehe, äh... ...mache ich schon die ganze Zeit, aber... ...biss Wayne. Oh, hier kann man rein. Äh, äh. Lol. Wie genial. Das ist mal... ...wirklich eine schöne Grafik hier. Also hier kann man schön... ...erst mal Münzen sammeln und so weiter und so weiter. Aber das machen wir jetzt nicht weiter. Denn wir gehen raus und verlieren erst mal unseren... ...ähm... ...pilz. Und ja, Mannschaft. Aus Super Mario Bros. 2. Die kann man schon auch immer rein, aber ich mach's jetzt nicht. Erstmal hier. Checkpoint. Yoshi-Münze holen. Und wieder klein werden. Das kann ich am besten. Ah, da ist ein Pilz. Pilz kommt zu mir. Pilz kommt immer zu mir. Ach, Gott. Leute, wisst ihr was? Ich mach jetzt erstmal einen Test. Ob das jetzt auf... ...ääh... ...15 Minuten aufnehmen wirklich geht. Ich mach jetzt einfach... ...mal so eine Testaufnahme draus. Äh. Ja. Let's play halt, ne? Wow. Ach, Gott. Das war jetzt gemein. Das war jetzt... ...so gemein. ...so. Ist da was? Hm, nope. Was muss ich hier tun? Äh. 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 Ist ja nicht zu fassen hier. Äh. Fail. Was muss ich hier tun? Again. Bäm. Bäm. So, mehr Konzentration, Oldie. Okay. Ähm. So, Yoshi-Münze und ein Pilz mal wieder. Pilze sind immer gut hier. Ähm. Was war, Baden? Äh. Das war so klar. Dann ist er nicht mehr am Pilz. Scheiße. Ja. Warum brennt jetzt die Zeit davon? Naja. Und Level geschafft. Und jetzt wahrscheinlich Jungle Island 3. Wow, bin ich gut. So. Oh, das sieht ja schon mal ein bisschen freundlich aus. Cool was? So. Hm. Geh du mal erstmal weg. Oh, das sieht ja schon mal weg. During the 60s each die 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 worden gesagt die 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 und die Zeit rennt Oha ja schon mal zu vergaßen Kacke Schade Mestrick drittes Leben geschafft und ich bin unter zehn Minuten so knapp So, jetzt das erste Geisterhaus, Ghost Cave, also Geisterhöhle, äh, ne, Geisterhöhle. Wow. Schöne Musik. Vier ist außer. Knuffig. Ähm, Geister, hallo. Hallo. Oh, schau. Die, 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 nein, ich hab keine Angst vor euch, äh, äh. Dü, dü, dü. Oh. Wir dringen immer weiter in die Höhle ein. Oh Gott, wie das schon wieder klang. Und wie das schon wieder aussah. So, ein Moment. Ich muss hier einen Saves ersetzen. Ja, blablablablabla. Oh, zu viele Iris. Iris. Bam. So, ein Pilz. Pilze sind immer gut. Ach. Hör auf. Warte, ich, ich will da versuchen, ohne dich zu berühren, darüber zu kommen. Das hat wahrscheinlich gar nicht klappt, oder? Oder geht das? Hops. Nein. Ich glaub, ich muss irgendwie anders darüber. So ungefähr. Tja. Damit hab ich wieder etwas Zeit verguildet. Nur für euch. Okay, du musst da weg. Danke. Witz. Wow. Das war mal Pro-like. Die Level sind hier recht kurz. Oder es liegt daran, dass es nicht die erste Welt ist. Wer weiß. Wer weiß. Paships weiß es. Und ich soll versuchen, alles Siegert zu finden. Ähm. Nein. Auf jeden Fall weiß ich, dass da oben noch ein Siegert-Echse wirft. Bäh. So. Wab. Wab. Pipe. Zoo. Death. Desert. One. Todeswüste. Oh Gott. Eine Todeswüste. Oh Gott. Warum eine Wüste? Warum? Warum? Wüsten sind grausam. Wo ist der Pilz? Da ist der Pilz. So. Machen die Schaden? Nope. Oi. Oi, 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 du kannst aber toll fliegen, du. Und trifft mich einer? Ja, die Shell, die kommt zurück und trifft mich. Oh, herrlich. So was gefällt mir ja, ne? So, Peacewitch finden. Hoppala. Hoppala. Ach komm her, ich mach dich platt. Ich verspreche's dir, ich mach's lieb. Liebevoll. Liebevoll. Da ist der Pilz. Okay. Wo ist der Peacewitch? Wo ist der Peacewitch? Nein, da kann man nicht rein. Weil ich hab ein paar Schicks gesehen, weil er spielt ja jetzt gerade einen anderen Hack und da konnte man in den Treibsand, äh, und da war halt so ein Secret-Exit-Teil. Der findet echt überall welche. Ah. Ich jetzt auch, ne? Yay. Ey. So. So. So, ich will euch nicht verletzen. Ich hab die Skelette mitgenommen. Nun ja, aber was ich da in diesem Secret-O-A-Test, also Sekrete, nein, geheime O-A-Test befindet, werden wir im nächsten Part erst erfahren. Ich, ja, guck erst mal, wie die Aufnahme so geworden ist, dann stell ich sie hoch und dann, wenn sie euch gefällt, huuuh, lasst euch überraschen. Ciao. Ciao. Ciao.